ich habe einfach nur wenn ich habe die letzten tage jetzt schon nicht so sonderlich viel gegessen deswegen ja ja muss mal sein so südliches und östliches tanalan und östliches lanosea wie gesagt sind ein paar kleinigkeiten wenn nachher gibt es dann ja meine bürger ja wie gesagt erst nach dem stream ist da muss ich irgendwas machen nein ja es ist das ist einfach nur ein wo können wir verwecken das wo nach nein aus Du weißt genau, was ich meine. Du weißt das ganz genau. Nichts aus. Nee, aus. Schön. Nee, warte. Die sind doch hier, ne? Ja. Ja, die sind hier. Einfach nur Mazuna aus. Nicht Danalan, nicht Dalaran, nicht Tanalan. Einfach nur Mazuna aus. Genau das. Genau das. Das ist korrekt. Schön. Nein, jetzt heile ich mich. Oh Gott. Ich brauche doch gar keine Heilung. Mh. Tralalan. Alter. Mazuna, du bist einfach nur unglaublich. Weißt du das? Ja. 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 Reite, mein Pony. Reite. My little pony. My little pony. Das ist gut, dass du das weißt. Zumindest sagt man mir das. Ja, es ist auch so. Es ist in der Tat auch so. Ich glaube, ich komme nur um die Indie, nicht drumherum. Im Kopf. Oh, Hilfe. 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 Einfach nur Hilfe. So in etwa. Chat, bitte hilf mir. Ist doch gar keiner da, zu mir helfen. Ich bin auf mich allein gestellt. Einsam und alleine. Wird nicht klappen. Ne, wird so nicht. Hörst du mich, ja. Ja. Schön. Einfach nur schön. Nein, ich habe mich verklickt. Oh. Du bringst mich schon ganz aus der Fassung. Hörst du dich. Wer hat denn da mit Fisch nach mir geworfen? Wer klickt und zugenäht? Das trifft. Das trifft es, ja. Das trifft es, ja. Das sagt die Dame. Alter, Masuna. Alter. So war das jetzt auch wieder nicht gemeint. Alter, ey. Unglaublich. Hilfe. Verzweifle. 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 Oh. Yay. Stufe 46. Pintra. Nice. So, ja, das kann ich ja immer noch nicht tragen. Also können schon, aber dann laufe ich ja nackt rum. Ist auch nicht gerade so mein Favorit. Ich kann doch hier sitzen. Na gut, komm, ich laufe ein Inni. Ich habe keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Ich muss ein Inni laufen. In welcher Schnee. Ihr uns allein wisstet, wahnsinnig. Ich bin noch nicht allein. Ich bin doch hier gerade in der Suche, wenn der eine DD endlich mal die Hand aus der Hose nehmen würde. Du da nur nicht. Was nennen wir die? Ironie, was ist das? Kann ich das essen? Schmeckt das gut? Wie es schmeckt, Ironie? Müsst du jetzt nicht so die Maus? Okay. Wer weiß. Ich glaube, man muss das bitte am Abgang. Okay. Oh, ich will auch gar nicht hören. Ich weiß, ich müsste eigentlich nicht mit Schaden machen. Gut. Das ist immer noch falsche. Ihr müsst die nächsten mitnehmen. Also nicht das, was gleich kommt, sondern die übernächsten. Aber da rennen sie wahrscheinlich gerade vorbei. Ja, jetzt zieh weiter. Aber bitte nicht zu weit. Darf sie ja weiter ziehen, aber nicht so weit. Wobei. Ich glaube, es ging sogar noch. Was habe ich da vergessen? Ja. Bestimmt. War klar. Natürlich. Natürlich hast du das vergessen. Natürlich. Zieh weiter. Zieh doch weiter. Ja, ich bin schaden. Aua. Getrunken hatte ich jetzt, oder? Egal, ich trinke nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich getrunken hatte. So. Jetzt habe ich definitiv getrunken. Ich habe es gerade einfach verpeilt. Der Moment, wenn man nicht mehr weiß, ob man getrunken hat oder nicht. Okay. Ich bin schaden. Und halt deine Maus ist nicht zu empfehlen. So passiert sowas. Das stimmt. Ich hab mir gestern nämlich so böse hier in die Seite gebissen. Also gestern Abend kurz bevor ich ins Bett bin. Oh, das tut voll weh. Wie ich mich kenne, bildet sich da wieder so ein eckerhafter Abszess. Ganz lecker. Geh mal auf. Mach das. Tun sie dies. Ich sitze hier noch eine Weile. Der Tank stirbt gleich. Der Tank stirbt. Okay, diesmal bin ich gestorben. Gestorben beim Hochheilen. Ich hab' ich vergessen aber auf die Dinger drauf zu stehen. Es geht. Ja, ich weiß ... Englisch und Dösisch. Ob die das falsch gehen? Ich stelle mir einfach gleich auf so ein Ding. Ich stelle mir einfach 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 auf so ein Ding. Das will ich angreifen. Immer den Seelenstein. Immer den Seelenstein. Okay, da war das Ding schon weg. Nice. Wie ist der jetzt gestorben? Das ist mir auch noch nicht passiert. Ich glaube, das geht gerne in Auvius. Da muss ich angreifen. Okay. 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 da absichtlich in den ae ist nun stehen wir ja ich muss sagen das denken dass in es ist echt komisch das ausgedacht hat war wohl nicht ganz bei sinn in ero kenne ich das tatsächlich noch gar nicht also da wüsste jetzt hat er nicht wie es geht leute er kann ich automatisch erst er ist gleich auf jeden Fall automatisch zurück hält man ja im Traum nicht aus aqua halten geht nur ausschließlich über spot fähigkeiten ich will ja gut also ich glaube dann bin ich doch lieber in finalen tank als in eso tank ich habe akku ich habe akku mein gott wie oft soll ich jetzt auch zum tank rennen er hat sondern um ja doch nicht 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 Ja, schon wieder Agro. Das ist nicht zu knapp. Denk. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Der Falter. Alter, ich denke, Alter, war alles gerade. Junge. Meine Fresse. Ich lass mich auf Rüchte. Der Falter, ey. Nett. Einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. Oh mein Gott, ey. Es gibt nur drei Single-Tage-Spot-Fähigkeiten im ganzen Spiel. Soll man hier so gruppenweise einen Hubs anhauen? Jopp. Scheinbar. Ja, komm, ich zieh das an. Ja, komm, ich zieh das an. Das Schlimmste ist, ich muss halt einfach nochmal rein. Aber ich will nicht nochmal mit NPCs, äh, mit normalen Menschen. Ich will nicht nochmal mit randoms rein. Ich will nicht nochmal mit randoms rein. Naja. Ich hasse es. Hm, also da verstehe ich schon, warum da keiner tanken will. Aber die Union ist sowieso jeder. Ja, nice. Ja, ich glaube, in ESO war ich bisher noch nie mit einer vollen Gruppe drin. Und wir haben es immer irgendwie gemacht, ohne richtigen Tank, glaube ich. Sehr. Ich glaube, aber ich habe auch gar keine Projekte sonst, Dinger, ne? Hm, habe ich nicht. Mhm. Hm, 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 hm. Aber in ESO würde ich auch nicht tanken wollen. Und nicht mehr in WUW würde ich es wollen. Gerade den zweiten Schau hoch als Tank in Innis. Ja, ist dezent. Hm. Was war dein erster Scha? War das CD oder Heiler? Was war das? Untertitelung. BR 2018 Hallo? Um, mhm. Das Schlimmste ist eigentlich, ich will mir gar nichts kaufen. Heiler schwitzt. Echt? Es ist recht geschätzt. Der erste, die erste Idee gespielt, eine Nachtlinge, jetzt ein Templar als Tank. Ja gut, ich bleib bei meinen D-Ds. Außer in Feine, da kann ich sie, da heile ich sogar. Habe ich aber nicht noch. Doch, ich habe das Wildrosen-Outfit, oh mein Gott, doch. Komm dran vorbei, ohne mir was zu kaufen. Hi. Ja. Ja, jetzt sitzen wir beziehen, bitte. Beine. Wildrosen auf jeden Fall. Ein Baden-Bedal. Hm. Das Helm des Lichts kann ich da einmal reinlegen. Das kann ich da reinlegen. Äh, das Wildrosen-Ding brauche ich ja noch. Okay. 14 ist ja wie ein WoW. 14 tanken kann, schaffst du das auch ein WoW. Ja gut, dass ich in etwa 14 noch nicht tanken kann. Tatsächlich noch nicht. Ich versuch's zwar immer wieder, aber noch, äh, ist es nicht so, dass ich sagen kann, jo, ich kann's. Die Maske brauche ich eigentlich nicht. Okay. Ich versuch's. Okay. Okay, Palette bearbeiten. Sieht jetzt nicht gerade besonders hübsch aus, aber... Alles ist besser als nichts. Nimmst du nur drauf, der Rote dafür. Wenn du aufs Leben guckst. Ja... Es haubert ja bei mir ja schon am Vorrennen und an der... An der Bossmechanik. Ich sterbe lieber als DT als Tank. Weil ich halt auch nicht weiß, was ein Tank... Also, der Anfang ist die Tankbuster, die weiß ich ja. Die normal, wenn halt dieser rote Kreis so mein ist. Ich weiß aber nicht, wann ich zum Beispiel den LB ziehen müsste als Tank. Und ich weiß nicht, was noch alles andere für Tankbuster sind. Weil auf die achte ich ja als DD nicht. Weil ich stehe sowieso nicht beim Tank. Deswegen... Außerdem hasse ich vorrennen. Vorrennen ist immer so... Ich hasse es vorzurennen. Ich bin lieber das Schlusslicht. Ganz hinten. Ganz, ganz hinten. Ganz, ganz hinten. Noch? Das kann auch weg. Und draufballern. Ja, genau. Genau so ist es. Weil ich weiß nicht. Irgendwie... Irgendwann schalte ich halt einfach ab. Und ich glaube, das ist als Tank nicht besonders gut, wenn ich irgendwann abschalte. Zumindest nicht, wenn ich noch nicht tanken kann. Würde ich behaupten, dass das nicht so gut wäre. Okay. Ciao. Another. Ciao. Bis zum nächsten Mal.